Hallo, ich bin Lidlian Ovala Smiley. Und ich habe einen magischen Bleistift. Mit dem ich alles zeichnen kann. Um es euch zu demonstrieren. Werde ich jetzt ein Stückchen Dynamit zeichnen. Du, 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 du. Moment mal. Was habe ich da gerade eben gesagt? Äh, wohnen tschüss. 5, 4, 3, 2, 1, BOOM! Ja, es ist ein bisschen nervig mit diesen Texttafeln. Au. Bekloppte Texttafeln, ey. Egal. Das war jetzt mal eben auf die Schnelle synchronisiert. Ja, ich weiß, der ist nicht toll. Scheiße, das ist... Aber die nächsten Cartoons werden ein bisschen besser. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich es einfach so lassen sollen. Und synchronisiert. Ich weiß auch nicht. Das klingt alle scheiße. Ich klinge einfach nicht im Himmel. Ich mache meine Hürste. Ja, also das war es dann für heute. 1, 2, BOOM! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vielen Dank.